Hallo meine lieben Skorpione, wir schauen heute in die Karten, was die Energien von jetzt ihr mit oder euch mitgeben möchten für den Monat Dezember 2022. Und ihr wisst ja, dass in Kollektivlegungen die Personenkarten sind auch geschlechterneutral und die Legungen können nicht für jeden zutreffen. So, mal schauen, die Tendenz, der Wegweiser für euch für den Dezember, für die lieben Skorpione. Was darf euch im Dezember erwarten? So, wir schauen. Also hier sage ich dir in allererster Linie, schau bitte drauf, da ist irgendjemand meint das nicht so ganz gut, also so ein bisschen Abzocke finanziell habe ich hier bei dir liegen. Also da, schau ein bisschen bitte mit drauf, in deinem Umfeld oder kann jetzt auch die Arbeit betreffen oder irgendwas in der Öffentlichkeit, also irgendwie, wenn es hier um Investitionen oder irgendwas geht, hier ist Vorsicht geboten. Hier ist die Warnung ein bisschen, die Achtung, achte bitte darauf, ja, verzögere es, wenn dann bitte auch noch mit, ich habe hier, ja, da diesen Bereich für dich liegen, wenn du ein bisschen misstrauisch bist, dann ist dein Misstrauen hier auch sehr, sehr, sehr angebracht. Und da heißt es, wie gesagt, schau da ein bisschen mit drauf und kann auch sein, dass du hier vielleicht ein bisschen auch Unterstützung bekommst oder jemand, der auch so einen kleinen Hinweis gibt. Ich habe dich hier schon sehr, du bist sehr entschlossen, du bist sehr entschlossen, du bist sehr zielstrebig und du möchtest deine Entschlossenheit hier auch komplett durchziehen. Und da, wenn du diese Entscheidung auch triffst, das nicht zu tun oder ein bisschen so Misstrauen auch hast, so ein komisches Gefühl, dann ist es absolut das Richtige, dass du da nicht drauf eingehst, weil du bist sehr willensstark und sehr viel Selbstbewusstsein habe ich bei dir. Und du wirst auch hier deine Tiefgründigkeit, die ich bei dir sehe, auch komplett hier zeigen und in die Tiefe auch gehen, hier wirklich alles 10, 20 Mal prüfen, bevor du hier eine Entscheidung triffst und wirst aber vielleicht auch hier zur Erkenntnis kommen, du lässt es sein. Also hier, dass du sagst, du wirst keine Schnellschüsse machen, nichts schnell entscheiden und ja, du wirst da wirklich auch analytisch an das Ganze auch mit rangehen. Dann habe ich hier auch ganz großes Thema bei dir, Eifersucht. Die Eifersucht wird auch so richtig hochkommen bei dir und ja, dass du da schon überkritisch auch bist, aber ich kann dir sagen, deine Eifersucht ist hier, wird auch wieder abflachen, denn hier habe ich das größte Glück bei dir liegen, denn hier wird es wirklich in die Tiefe gehen, was Verbindungen betrifft. Verbindungen auch betrifft, dass sich hier wieder auch was löst, was hier wieder verbindet, in die Harmonie hier auch geht, was im familiären Bereich. Also da habe ich auch diesen Wandel, diese Wände mit dabei und auch wenn du in einer Partnerschaft bist oder einen Wunschpartner hast, sehe ich hier auch das absolut mega größte Glück an deiner Seite, dass hier wirklich auch was kraftvoll, wundervolles in Liebe entsteht. Du sendest Liebe aus, du bist sehr hingebungsvoll und auch das wird dir wieder entgegengebracht. Aber da, wie gesagt, hier oben auch den anderen Personen gegenüber, dass du dich da ein bisschen zügelst, ein bisschen zurückhältst auch, sondern einfach für dich diesen Entschluss greifst und dann sagst, boah, ihr könnt mich mal, kreuzweise und ja, dass du, da sagst, du schaust jetzt hier komplett auf dich und du wirst das Glück komplett an deiner Seite haben. Du hast es komplett an deiner Seite, weil hier alles, was du auch beginnst, ist hier wirklich von Glück gesegnet. Sei es in der Liebe, sei es in den Finanzen, auch wenn du hier, ja, vielleicht ein bisschen, ja, Krank, Erkältung, irgendwas, ist hier auch wieder die Wände zum Guten, das Positive dabei. Die Genesung habe ich hier sehr stark mitliegen und wie gesagt, Liebe, ganz großes Thema und ja, du wirst dir auch ein bisschen Gedanken machen hier, was vielleicht dein privates Umfeld, das Familiäre auch betrifft, weil da ist auch so ein bisschen dieses Kraftlose, vielleicht der ein oder andere in den Rückzug geht, weil er mit deiner stürmischen Art nicht so ganz mit deinem Ehrgeiz hier auch so zurechtkommt und ja, auch dieses, ja, sich teilweise ein bisschen zurückgestoßen fühlt, aber auch das habe ich hier wieder, da habe ich die Heilung mit dabei liegen. Also das, auch das wird wieder in die Heilung gehen und da, wie gesagt, schaut sehr positiv aus. Das Glück ist komplett bei dir in allen Bereichen. Zentraler Mittelpunkt, wie gesagt, hier Fülle im Allgemeinen, da wird es auch wieder diese Wände auch geben und raus aus der Unsicherheit, aus der Unruhe, aus der Nervosität. Und das hat ja hauptsächlich mit der Eifersucht zu tun. Da geht es auch wieder raus, es wird abgemildert, denn hier kommt die Liebe auch zu dir. Hier festigt sich was, hier kommt was in Bewegung, es wird in die Tiefe gehen, was die Liebe betrifft. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zäh noch vorangeht, aber hier ist wirklich was Positives zu sehen. Also hier kannst du absolut auch im Vertrauen bleiben. Und wenn du auch für dich sagst, okay, du gehst hier in den Rückzug, ja, wirst du aber bei deinem Wunschpartner, sehe ich, so nicht machen. Auch in deiner Partnerschaft, dass du nicht unbedingt in den Rückzug gehst. Und das ist auch wirklich in Ordnung so, wenn du da nicht gehst, weil du hörst hier auf deine Intuition, auf dein Gefühl und das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So, wenn wir jetzt weiterschauen, haben wir hier noch eine Zusatzkarte mitgezogen. Wir haben die Königin der Stäbe. Königin der Stäbe sagt hier auch, du bist sehr willensstark, du bist sehr für deinen Stolz hier auch mitzusehen und hier geht es voll in deinen Optimismus rein. Du wirst auch den Mut ergreifen. Kann auch sein, dass du auf deinen Wunschpartner, auf deinen Partner mal richtig auch zugehst, was Gefühle betrifft hier, weil hier geht es in die Tiefe rein. Weil du weißt, das ist die richtige Entscheidung, weil du eben sehr willensstark auch bist und hier ist sehr viel Fürsorge, die dir auch entgegengebracht wird, die auch du gibst. Und hier wird dir auch sehr, sehr viel, ja, dieses Mitfühlende in deine Richtung und hier geht es auch raus aus der Abgrenzung und hier geht es rein in die Sicherheit und raus aus der Isolation auch von anderen Personen in deinem Umfeld, dass hier auch Konkurrenten, Konkurrentinnen wirklich auch hier weggeschoben werden, passt hier perfekt zum Thema Eifersucht. Also da wendet sich wirklich, das Blatt wendet sich ja auch für dich und da schaut es sehr, sehr gut aus. Ja, meine lieben Skorpione, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat Dezember und ich danke euch sehr fürs Zusehen. Tschüss! ... ... ... ... ...